Hallo und herzlich willkommen zu unserem morgendlichen Update. Ab sofort präsentieren wir euch jeden Montag die Highlights der amerikanischen Touren. Heute mit dabei ein toller Erfolg für Stefan Jäger auf der Conferry Tour und eine solide Sophia Popov auf der LPGA Tour. Beginnen wollen wir aber mit der PGA Tour. Im TPC Louisiana in New Orleans ging es beim einzigen Team-Event auf der PGA Tour um 6 Millionen Dollar. Im Stechen zwischen den Duos Leishman Smith und Usthuysen Schwartzel musste entschieden werden, wer die Zürich Classic gewinnt. Und schon nach dem ersten Schlag des Teams aus Südafrika waren die beiden Australier im Vorteil. Der Drive von Louis Usthuysen landete im Wasser. Diese Chance ließen sich Leishman und Smith nicht mehr nehmen und machten am ersten Extraloch mit einem Paar den Sack zu. Für Cameron Smith war es schon der zweite Erfolg im Team. Bereits 2017 gewann er die Zürich Classic, damals mit dem Schweden Jonas Blixt. Mark Leishman nennt nun sechs PGA Tour Titel sein eigen. Der Sieg hat auch eine besondere Bedeutung für die aus einer Schnapsidee geborene Frisur von Cameron Smith, der sich von Spielpartner Mark Leishman frisieren ließ. Der erfolgsbringende Fokuhila solle bleiben, auch wenn seine Freundin damit wohl nicht so happy sein werde, kündigte der Australier an. Auf der LPGA Tour ging es ganz in der Nähe von Hollywood um 1,3 Millionen Dollar. In Los Angeles überstand von den beiden deutschen Starterinnen nur Sophia Popov den Cut. Den Sieg holte sich die Kanadierin Brooke Henderson. Mit diesem Up-and-Down zum Paar am letzten Loch hielt sie ihre Verfolgerinnen einen Schlag hinter sich. Die 23-Jährige lag vor der Finalrunde am Samstag vier Schläge hinter Jessica Corder und Jin Yang Ko. Nach einem Birdie auf Bahn 11 übernahm sie erstmals die Führung. Ein Bogey auf Bahn 17 machte die LA Open dann noch einmal spannend. Am Ende rettete die 23-Jährige Henderson aber nicht nur das Paar, sondern auch den Sieg. Ihr bereits 10. Titel auf der LPGA Tour ist 225.000 Dollar wert. British Open-Siegerin Sophia Popov hatte nach einer 67 zum Auftakt in der Spitzengruppe gelegen. Die folgenden drei Runden konnte sie diese Pace aber nicht halten. Am Finaltag verlor sie zwei Schläge und einige Positionen. Popov beendet die LA Open auf Rang 59. Auf der Corn Ferry Tour ging es bei der Veritex Bank Championship in Texas um wichtige Punkte für das Rennen um nur 25 PGA Tourkarten. Den Sieg schnappte sich Tyson Alexander mit insgesamt 23 Unterpaar und einem Schlagvorsprung auf Thigo Humphrey. Stefan Jäger übernahm dank Platz 37 die Führung in der Punktrangliste von Will Salatoris, der beim Masters vor zwei Wochen sensationeller Zweiter wurde. Jäger war am Sonntag auf Bahn 10 gestartet und versenkte am letzten Loch ein Igel, das ihn auf 4 unter für die Runde und 13 unter für das Turnier katapultierte. Der Weg bis auf die PGA Tour ist trotzdem noch lang. Erst im September endet die Saison. Das waren die Highlights für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Feedback könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020